Gibt es eigentlich so etwas wie Produktivitäts-Scoreboot? Es geht heute um Nahrungsergänzungen und darüber, ob man das als Nicht-Profisportler überhaupt braucht. Und dafür habe ich mir extrem kompetente Unterstützung geholt. Willkommen Robin Sorg von Löwi Powered by Bionic. Hallo Sascha, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist, dass du der Einladung gefolgt bist. Denn, das kann ich verraten, ich bin jetzt ja seit einem halben Jahr glücklicher Löwi-Kunde und habe ja sogar meinen Bluttest damals für YouTube gefilmt. Möchte jetzt aber für heute mal alles vergessen, was ich über Nahrungsergänzungen weiß. Denn du hast den viel stärkeren Hintergrund und ich möchte dir ganz unbedarft Fragen stellen. Also erzähl uns doch mal, was ist denn dein Hintergrund im ganzen Thema Ernährung und Co.? Sehr, sehr gerne. Ja, lange Reise schon, die ich da durchlaufen bin. Ich bin selber ein Stück weit nach der Schule privat auf das Thema Ernährung gestoßen, habe mich dann wie viele, glaube ich, erst mal nur so ein bisschen damit beschäftigt, das eine oder andere YouTube-Video gesehen, aber auch Bücher gelesen und mich dann relativ schnell entschieden. Ich wusste schon immer, Gesundheit ist was für mich, dann in die Richtung sogar zu studieren und habe dann ein duales Studium absolviert, habe Vollzeit als Personal Trainer gearbeitet und Ernährungsberater, muss man dazu sagen. Also im Alltag 40 Stunden den Kontakt zum Kunden gehabt und auch die Beratung, die Erfahrung gesammelt und gleichzeitig aber im dualen System eben Ernährungsberatung studiert, heißt da dann die wissenschaftliche Komponente bekommen. Das alles hat so ein Stück weit den Ursprung, dass ich mich ja schon seit über sieben Jahren vegan ernähre. Und dann, und da kommt vor allem auch die Tiefe dann her, die Verantwortung gesehen habe, hey, wenn ich das aus welchem Grund auch immer machen möchte, dann muss ich auch darauf achten, dass mein Körper dabei auch so gut wie möglich alles funktioniert. Und hatte mich dann von oberflächlichen Ernährungsbüchern immer tiefer reingelesen bis hin zur Automolekularmedizin und Biochemie, was dann auch mal ganz schöne Wälzer sein können. Aber das gehört dann dazu, weil das Thema Gesundheit ist mit das Wichtigste, deswegen sprechen wir ja auch heute. Okay, also du bist genau die richtige Person, die dafür heute bei mir zu Gast ist. Jetzt sag mir aber doch vorweg, lass uns über den Elefanten im Raum sprechen. Ist Nahrungsergänzung denn nicht einfach nur ein bisschen Geldmacherei? Die große Industrie? Ganz klage Antwort nein. Aber wie überall gibt es ja Unternehmen, Personen, die wissenschaftlich fundiert kommunizieren und auch Produkte anbieten, die sehr sinnvoll sind und Leute, die das nicht machen. Und gerade da leiden wir persönlich auch sehr drunter. Gab es in der Vergangenheit in der Nahrungsergänzung viele Firmen, die viel versprochen haben mit schönen Slogans und vielleicht komischen Vertriebssystemen und beeindruckenden Körpern, aber wenig dahinter. Deswegen die Sinnhaftigkeit von Nahrungsergänzungen ist definitiv gegeben. Gerade da kommen wir sicherlich auch gleich noch zu sprechen, wenn man auch weiß, was benötigt wird und nicht einfach blind darauf los supplementiert. Aber man muss sich, wie immer, wenn es um die Gesundheit geht, ein Stückchen tiefer damit beschäftigen. Okay. Jetzt lass uns heute mal den Blick auf Nicht-Profi-Sportler richten. Also als irgendjemanden, den man als Wissensarbeiter, Arbeiterin bezeichnen würde. Also ich habe jetzt einen Bürojob, der ist auch fordernd, der schlaucht mich auch manchmal ganz schön. Ich habe vielleicht auch eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, wo ich ab und zu trainieren gehe. Brauche ich jetzt dann überhaupt Nahrungsergänzungen, wenn ich keinen Extremsport betreibe? Auch hier die klare Antwort. Höchstwahrscheinlich überprüfen im ersten Schritt, herauszufinden, wie die aktuelle Situation ist. Also da eben erstmal zu verstehen, was macht mich persönlich aus und was macht mein Leben aus in Bezug auf meine Versorgung und meinen Bedarf. Die Versorgung kann man sehr einfach bestimmen über eben eine Bluttestung, wo man im Blut herausfinden kann, wie denn bestimmte Marker, die auch valide im Blut testbar sind eben, die Versorgungssituationen von bestimmten Nährstoffen darstellen. Gleichzeitig on top dazu gibt es viele Nährstoffe, die man leider nicht direkt im Blut testen kann. Allerdings sehr schön über das Verständnis des Lebens im Sinne eines Anamnesigungs beispielsweise dann abfragen kann. Also wie sieht die Ernährungsform aus? Ernähr ich mich mischköstlich? Oder habe ich eine eher einseitige Ernährung im Sinne von rein pflanzlich, vegetarisch, vegan? Oder bin ich auf der Gegenseite, ernähme ich Paleo, Keto und ich habe eher weniger Kohlenhydratquellen? Habe ich Allergien, Intoleranzen, Krankheiten, Medikation? Mache ich Leistungssport, wie du schon gesagt hast gerade? Oder bin ich ambitionierter Sportler? Da gibt es sehr, sehr viele Einflussfaktoren. Und das Wichtige ist, hier erstmal zu verstehen, welche Faktoren können welche Nahrungs- oder vor allem Nährstoffversorgung begünstigen? Oder wo ist es vielleicht ein bisschen wichtiger, bestimmte Nährstoffe im Blick zu behalten? Wenn man, jetzt hatten wir es gerade davon, sich jetzt beispielsweise rein vegan ernährt, ist das Thema Vitamin B12 ein ganz offensichtliches, wo wir sicherlich nachher auch nochmal ein bisschen tiefer zu sprechen kommen. Aber auch bei anderen Ernährungsformen. So, dass die klare generalistische Aussage nicht möglich ist. Da ja deswegen ist das Thema Individualität auch bei der Gesundheit so wichtig, den Einzelfall zu betrachten, für sich selber herauszufinden, wie die Versorgung und wie der Bedarf ist. Und aufgrund dessen dann zu entscheiden, wo man sinnvoll ansetzen kann in der Supplementierung. Um die klare Antwort im Sinne auf den Leistungssport zu geben. Die Leistungssportler sind natürlich anfälliger dafür, weil sie durch den höheren Verbrauch, durch die körperliche Belastung und auch den mentalen Stress, den man beim Leistungssport nicht vergessen darf, einen höheren Verbrauch an Nährstoffen haben. Nichtsdestotrotz trifft es auch für einen Großteil der Gesellschaft zu, dass da ein erhöhter Bedarf besteht. Okay, jetzt, also ich bin überzeugt davon, dass das so ist, dass man bei einem Großteil der Menschen diesen erhöhten Bedarf spürt. Und du hast ja auch schon angedeutet, dass es ganz viele Einflussfaktoren dafür geben kann oder dafür gibt, warum man diesen erhöhten Bedarf hat. Aber wenn ich jetzt mit Nahrungsergänzung anfange, mache ich das dann nur, um hypothetisch irgendwelchen Krankheiten vorzubeugen, die ich vielleicht in 20 Jahren haben könnte? Oder wird auch irgendwas akut besser? Also nochmal, der Mensch, der im Büro arbeitet, schläft der dann besser oder ist der dann konzentrierter? Oder was wird für den besser, wenn er bestimmte Defizite stopft, die er vielleicht hat? Ja, super spannend, weil das ist auch das, was viele so ein Stück weit abschreckt, sich tiefer mit ihrer präventiven Gesundheit zu beschäftigen, wenn man sich ja denkt, mir geht es ja eigentlich ganz gut. Und ja, klar, wäre es wichtig, dass ich genug Vitamin D und Calcium bekomme, um in 20 Jahren noch eine schöne Knochendichte zu haben. Das ist aber nicht ganz so sexy und nicht ganz so attraktiv für viele. Deswegen ist es dann umso wichtiger, auch zu betonen, dass Nahrungsergänzung oder, sagen wir mal, die optimale Versorgung von Nährstoffen, das kann ja sowohl aus der Ernährung oder sollte zum Großteil aus der Ernährung, und dann eben ergänzen, deswegen heißt das Ganze auch Nahrungsergänzung, überprüft werden, ob über die Ernährung genügend Nährstoffe versorgt werden, die eben die Versorgungssituation und den Bedarf der einzelnen Person ausmachen. Und wenn es nicht der Fall ist, dann, und das ist das sehr Spannende, kann Nahrungsergänzung eine sehr einfache und sehr effektive Möglichkeit sein, seinen Alltag deutlich zu verbessern. Nehmen wir beispielsweise Vitamin D zu sich. Das ist für uns in Mitteleuropa eigentlich jeden Winter aus Neu ein schönes Thema. Wir liegen hier von der Geografenlage so, dass wir von, so sagt die Literatur aktuell, Oktober bis April die Gefahr haben, weniger Vitamin D über die Sonne aufzunehmen. Wieso ist das so? Die Tage sind kürzer, die Sonne scheint nicht mehr ganz lange und vor allem auch der Einstrahlwinkel verändert sich so ein Stück weit, weswegen die Gefahr besteht, dass Vitamin D zu wenig aufgenommen wird. Wieso betone ich das mit der Gefahr besteht? Was sich so ein Stück weit entwickelt hat daraus, ist ein Mantra, dass man per se nicht genug Vitamin D bekommt im Winter, was nicht stimmt. Da gibt es auch hier wieder gesellschaftliche Unterschiede, Aufnahmefähigkeitsunterschiede, was dann nämlich wieder dazu führen kann. Und da wird leider nicht so viel gesprochen. Deswegen finde ich es umso schöner, dass wir da drauf kommen können. Nahrungsergänzung wird meistens im Kontext von einem Defizit an Nährstoffen in Verbindung gebracht. Wenig wird darüber gesprochen, dass man auch darauf schauen muss, dass man nicht zu viel bekommt. Bei einigen Nährstoffen ist das problemlos. Wenn ich zu viel Vitamin B12 aufnehme, hat der Körper gar kein Problem damit, das einfach ganz normal auszusteigen, ohne irgendwelche Gefahren. Wenn ich zu viel Magnesium zu mir nehme, was viele Sportler auch per se nehmen, einfach nur, wenn man Sport macht, dann gleich 300 Milligramm Magnesium zu nehmen. Da meldet sich der Körper dann sehr schön. Das führt dann mit sehr, sehr viel Flüssigkeit durch, wenn ich das so mal sagen darf. Und dann, und das ist aber auch das Wichtige eben zu betonen, bei Nährstoffen wie beispielsweise Vitamin D kann der Überversorgung einer sogenannten BIPER, also Übervitaminose, auch gefährlich sein, weil Vitamin D dann die Aufnahme von Calcium blockiert, wo ja eigentlich die Verantwortung oder die Funktion von Vitamin D ist, in der richtigen Dosierung Calcium nicht drauf einzulagern. Heißt, ja, Nahrungsergänzung kann hier unglaublich hilfreich sein, wenn wir zu wenig haben, in den optimalen Status zu bekommen, um Vitamin D, Muskelfunktion optimal zu unterstützen, die Stimmung und das Immunsystem auch da ist, Vitamin D unfassbar einflussreich, aber auch eben die Gegenseite zu präsentieren, dass ein zu viel auch sehr gefährlich ist. Jetzt bin ich so ein bisschen um die Frage herumgetanzt. Pass auf, dann versuche ich, ja, also es waren viele Informationen drin, ich versuche nochmal so einen seichten Bogen zurückzumachen. Genau, drühe mich zurück. Also du hast vorhin gesagt, dass man nicht alles am Blut merkt oder dass man nicht von jedem Nährstoff, Mikronährstoff, es am Blut, in der Blutanalyse merken kann, ob der fehlt. Merke ich es denn selbst, dass mir was fehlt? Also kann ich selbst sagen, hey, ich habe Konzentrationsprobleme oder ich schlafe schlecht oder, oder, oder. Und deswegen könnte mir der folgende Nährstoff fehlen. Genau. Wie meistens in der Ernährung ein Jein. Ja, ich kann offensichtlich für mich merken, heute ist ein Tag, da kann ich mich nicht konzentrieren. Oder wow, jetzt haben wir irgendwie Dezember und ich bin schon das dritte Mal mit einem Infekt krank. Da liegt schon mal nahe, okay, mein Immunsystem ist geschwächt und dann kann man natürlich so ein Stück weit herleiten, ja, vielleicht, weil ich weniger Vitamin D jetzt zu mir nehme und das noch nicht supplementiere, weil die Sonne ja sicherlich wahrscheinlich kann es gut sein. Wo ich und wir da sehr, sehr vorsichtig sind, ist, dass das auch dann gefährlicherweise zu Eigendiagnosen führen kann, die dann eben fatal sein können, wenn man dann aus einer Eigendiagnose, wie gerade mit dem Vitamin D Beispiel, dann sagt, hey, jetzt nehme ich einfach so viel, dass ich auf jeden Fall sicher bin, was dann wieder gefährlich in die Richtung Übervitaminose gehen kann. Die sichere Variante ist hier eben, wenn der Verdacht besteht, ja, ich nehme hier vielleicht ein, zwei Mikronährstoffe zu wenig auf, weil ich mich rein pflanzlich ernähre, weil ich eine Intoleranz bezüglich Lebensmittelgruppen habe oder sogar eine Allergie zu Lebensmittelgruppen habe, wo dann die ganzen Gruppen wegfallen und dadurch wieder die Gefahr erhöht ist, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, hier sicher zur Sicherung, zur Absicherung, in die Diagnostik zu gehen, bevor man eben auf Eigendiagnose sagt, ja, ich fühle mich heute ein bisschen müde, weil auch da Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Abgeschlagenheit, Immunanfälligkeit, das sind alles Themen, die definitiv von Ernährung und Nährstoffen beeinflusst werden, die aber auch beeinflusst werden durch meine Schlafqualität und meine Schlafhygiene, durch meine sportliche Routine, durch mentalen Stress und autogenes Training, sodass, das ist das Spannende für mich auch persönlich am Bereich präventive Gesundheit, es gibt so viele Bereiche, die man im Blick behalten muss, wo man aber überall immer selber die Kontrolle drüber hat. Das Wichtige ist nur, da auch wirklich immer alles im Blick zu behalten und zu sagen, hey, habe ich meine Ernährung, meinen Schlaf im Blick? Wie sieht es bei mir mit dem Sport aus, mit meiner Sportroutine? Wie geht es mir mental gerade? Wie ist die Ernährungs- und Nährstoffseite? Und diese multifaktorelle Einflussnahme hat dann eben auch zur Folge, dass es sehr schwierig ist, mit dem Finger drauf zu sagen, hey, du bist heute müde, weil Vitamin D zu wenig. Kann sein, kann aber eben genauso gut sein, dass es nur ein kleiner Faktor ist, der mit reinspielt. Und da setzt eben genau dann die Bluttestung an. Vermuten kann man viel, wissenschaftlich fundiert, mit einer Bluttestung schwarz auf weiß haben, ob es so ist oder nicht. Und dann, wenn es so ist, und da kann ich bei Vitamin D auf jeden Fall auch durchblicken lassen, wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme Anfang Juni, ich habe also jetzt gerade auch nochmal Blutbilder gesehen, die quasi in den letzten drei Monaten sich von einem sehr, sehr schlechten Start im März über drei Monate super entwickelt haben. Und da sind wir in Deutschland auf jeden Fall noch ein Stück weit hinten dran, auch in die Handlung zu gehen, bei beispielsweise jetzt Vitamin D eben. Das ist für viele bekannt. Aber dann herrscht vielleicht auch eine Unsicherheit, wie kann ich jetzt nehmen, wo eben dann der Test die logische oder sichere Variante ist, um wirklich fundiert dann auch die Dosierungen einzusetzen. Okay. Bevor wir jetzt aber an den Punkt kommen, wo wir uns genauer anschauen, was ihr da eigentlich macht und anbietet, eine kleine Anekdote. Ich war irgendwann mal vor vielen, vielen, vielen Jahren bei einem Masseur, habe mit ihm darüber geredet, dass sich damals durchs viele Laufen, dass sich da mögliche Gelenkprobleme angedeutet haben. Und dann meinte er, das ist doch gar kein Problem, ess einfach mehr Gummibärchen. Und dann hast du die Nährstoffe, die deine Gelenke brauchen, um sich zu erholen. Ich weiß heute, dass speziell das Quatsch ist, aber machen wir die Frage mal eins größer. Wenn ich jetzt also fundiert weiß, dass ich einen Mangel habe, wieso greife ich da nicht einfach zu mehr Äpfeln oder sowas? Oder mehr Gummibärchen vielleicht auch für die Gelenke? Genau. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch betonen. Wir als Löwi, als Bioniker seit Anfang des Jahres versuchen nicht, gesunde Ernährung zu ersetzen, sondern ganz, ganz wichtig, eben nach einer fundierten Bluttestung die Möglichkeit zu bieten, dass man einzelne Nährstoffe, die vielleicht dann nicht ausreichend zugeführt werden oder die durch den erhöhten Bedarf schwer sind, über die Ernährung zu decken, dann ranzubekommen. Das Idealbild, jetzt mal gesprochen als Ernährungsberater, dass man über die Ernährung alles an Nährstoffen bekommt, was man braucht, würde ich direkt unterschreiben, würde ich direkt mitnehmen und dann die Nachricht nach außen tragen, dass es problemlos, also dass es ohne Probleme geht, das alles hinzubekommen. Sobald aber dann so ein bisschen man sich den Bereich genauer anschaut, merkt man, dass es sehr, sehr schwierig ist. Ich sage nicht unmöglich, sehr, sehr ungerne, aber es ist sehr, sehr, sehr schwer. Nehmen wir Vitamin D, haben wir gerade schon drüber gesprochen, das ist aufgrund der geografischen Lage einfach schwieriger, über die Sonneneinstrahlung in den Wintermonaten von Oktober bis April genug zu bekommen. Macht man jedes Jahr von Oktober bis April dann eine Reise irgendwo ins Warme, was ich auch, hätte ich persönlich nichts dagegen, dann hätte man das Thema zum Beispiel abgehakt. Das ist für viele aber jetzt nicht so praktikabel. Nächstes Thema, Selen und Jod, zwei unfassbar wichtige Spurenelemente, gerade in Bezug auf die Schilddrüsengesundheit und somit auf die Hormonproduktion. Wir hatten vor einigen Jahren Millionen hier in Mitteleuropa eine schöne Eiszeit, als die Eiszeit vorbei war und das Wasser abgetragen wurde, wurde sehr, sehr viel an Selen und Jod aus den Böden ausgetragen, sodass wir Selen- und Jod-arme Böden in Deutschland haben. Das wissen oder das haben alle schon irgendwo mal gesehen, unterbewusst, das ist genau der Grund, warum wir jodiertes Speisesalz im Supermarkt kaufen können, weil das ja das einzige Mal war, wo sogar der Staat interveniert hat und gesagt hat, hey, wir haben wirklich flächendeckend so einen Mangel an Jod, an so einem wichtigen Spurenelement, dass wir hier jetzt das Salz jodieren und dann auch sagen, das soll in Messen, in Mensen, in Kantinen und auch beispielsweise in Bäckereien verwendet werden, weil wir Deutschen lieben unsere Getreideprodukte, um dann eben genug Jod zu bekommen. Also ja, in Amerika, in Kanada kann ich 100 Gramm Weizennudeln essen und weil der Weizen da das Jod um das Selen zieht, habe ich mein Jod und Selen für den Tag gedeckt. Problemlos. Auch hier wieder geografischer Unterschied. Kommen wir noch so ein bisschen auf Entscheidungen. Das waren jetzt ja zwei Sachen, wo wir jetzt gar keine große Einflusskurse haben. Wir leben einfach hier, zumindest alle, die zuhören und auch in Deutschland oder Österreich, Schweiz wohnen. Entscheidungen. Entscheide ich mich jetzt aus ethisch, moralisch, psychologischen Gründen, mich mehr in die pflanzliche Richtung zu ernähren, vegetarisch oder vegan beispielsweise, dann ist aufgrund der eingeschränkten Lebensmittelauswahl sehr, sehr schwierig, beispielsweise bei Vitamin B12, unmöglich, das eigentlich ausreichend über pflanzliche Lebensmittel zu mitzuführen. Auch hier, jeder, der diesen Schritt macht, klare Empfehlungen, beschäftigt euch sehr, sehr bewusst mit eurer Ernährung und schaut, dass ihr ausreichend Nährstoffe über die Ernährung bekommt. Und die Gefahr ist erhöht, weswegen dann die Testung sinnvoll ist. Und wenn der Test zurückkommt und sagt, hey, es passt alles, dann ist das ja ein absoluter Traum. Dann hat man sogar noch die Gewissheit, dass man mit seiner Ernährung alles richtig macht. Wenn der Test zurückkommt und man hat ein, zwei, drei Nährstoffe kritisch, auch super schön, dann hat man das herausgefunden und kann dann eben darauf reagieren. Und den letzten Punkt, der keine Entscheidung ist, aber der auch einen persönlich betrifft, sind dann noch individuelle Umstände, wie beispielsweise Krankheiten. Und ich darf dann aufgrund von bestimmten Medikamenten bestimmte Lebensmittel nicht mehr essen oder muss auf Nährstoffe achten. Allergien, Intoleranzen. Wenn ich eine Fructose-Mahlabsorption habe, also eine sehr schlechte Verdaubarkeit oder eine sehr schlechte Verdauungseigenschaft von Fruchtzucker, dann kann ich weniger Früchte essen. Heißt, ich kann über die Früchte dann weniger Vitamine und Mineralien zu mir nehmen. Geht man da eine Stufe höher und ich habe eine Zödiakie, also wirklich eine Allergie gegen Gluten, das Weizenprotein, dann fällt das natürlich auch weg. Und so muss man immer schauen, wie ist die individuelle Situation und wie. Das ist dann der letzte Punkt, der eigentlich für mich persönlich auch der spannendste Punkt aktuell ist. Wie individuell ist da noch meine Nährstoffaufnahmefähigkeit aus beispielsweise kinetischer Sicht? Und das ist ein noch recht neues Feld in der Wissenschaft, in der Ernährungswissenschaft. Es wird schon eine Weile daran geforscht, aber da kommen erst jetzt wirklich spannende Ergebnisse heraus. Beispielsweise sagt man aktuell in der Literatur, dass wir in der Gesellschaft von 100 Prozent drei verschiedene Kohorten haben von Vitamin-D-Aufnahmefähigkeit. Es gibt die mittleren 80 Prozent, von Prozentpunkt 10 bis Prozentpunkt 90. Die nehmen Vitamin-D ungefähr gleich auf. Also was meint man da mit Aufnahmefähigkeit? Die Enzyme, die Kofaktoren, die Kaskaden, die in dem Körper ablaufen, sind bei uns alle ähnlich. Es kann aber sein, dass der eine ein bisschen weniger von einem bestimmten Enzym hat. Und deswegen der Prozess dann nicht mehr ganz optimal läuft. Oder hier ein bestimmter Kofaktor fehlt. Da wird es dann sehr komplex in der Biochemie, aber einfach gehalten bedeutet, dass nicht jeder nimmt die gleiche Menge an Nährstoffen gleich auf. Diese mittleren 80 Prozent, die große Menge, macht das bei Vitamin-D. Es gibt aber diese unteren 10 Prozent, die als Bad-Absorber betrifft werden, die beispielsweise mit einer Dosierung der gesellschaftlichen Schnitt reichen würde, da nicht ausreichend versorgt werden würden. Und auf der Gegenseite auch aber die oberen 10 Prozent, die Good-Absorber, die dann eher noch darauf achten müssen, dass sie nicht zu viel nehmen, weil, hatten wir ja auch schon angesprochen, auch die Gefahr der Hypervitaminose ist hier gegeben. Zu welcher Kohorte ich jetzt gehöre, ist erstmal nicht leicht rauszufinden. Da müsste man dann in die Gentestung gehen. Wie man es aber herausfinden kann, ist, wenn man einen Startpunkt durch einen Test hat, dann über einen bestimmten Zeitraum, der definiert ist, eine bestimmte Menge definiert, supplementiert und danach wieder einen Retest macht. Und dann sieht, hey, nach den drei Monaten wäre bei der Durchschnittsempfehlungstosierung eigentlich zu erwarten, dass ich jetzt optimal versorgt bin. Dann blicke ich drunter, gehöre ich offenbar dann zu der Gruppe, die Vitamin D schlechter aufnimmt, schieße ich über die Ziele hinaus, muss ich aufpassen, dass ich anscheinend Vitamin D zu gut aufnühe. Und ja, deswegen, um den ganzen Bereich nochmal abzuschließen, ich rede sehr, sehr gerne über das Thema, deswegen schweife ich gerne aus. Der Wunsch ist auf jeden Fall da, dass man über die Ernährung alles abdecken könnte. Das wäre jetzt ideal, weil es fühlt sich so richtig an, alles über natürliche Wege abzudecken. Dieser Traum nach Naturalismus ist aber sehr, sehr schwer dann im Alltag zu sitzen, wenn ich jetzt in Deutschland lebe, mich vegan ernähre, zwei Intoleranzen und eine Allergie habe und dann auch noch genetisch nicht gesegnet bin mit einer guten Aufnahmerechtigkeit. Der Person dann ins Gesicht zu schauen und zu sagen, nö, nö, das geht alles über die Ernährung, finde ich nicht mehr korrekt, finde ich nicht mehr richtig. Deswegen ist es leider nicht ganz so einfach. Okay, auf den Punkt komme ich nachher nochmal zurück. Aber jetzt ist mehrfach Löwi gefallen. Wir haben jetzt dich als Robin von Löwi vorgestellt und haben auch immer gesagt, powered by Bionic. Jetzt kannst du uns in jeweils einem Satz sagen, was ist Löwi und warum ist Löwi powered by Bionic? Ja, sehr gerne. Genau, Löwi ist eine Ausbildung der TU München, drei Jahre alt mittlerweile und hat sich die große Aufgabe gestellt, personalisierte Ernährung oder personalisierte Nährstoffe für jeden verfügbar zu machen durch ein Heimblutest-Kit und gleichzeitig dann durch die Anpassung von einer persönlichen Mischung, also wirklich auf die Information abgestimmte Mischung für das Individuum. Das war Löwi bis Ende letzten Jahres und dann kam es zur Übernahme von Bionic. Bionic ist eine Health Tech, also eine gesundheitstechnologische Firma, gegründet in London, die sehr, sehr ähnlich vom Ansatz ist, wie wir es gemacht haben bis dato und aber auf anderen Märkten aktiv war, in Großbritannien, in Osteuropa und auch in den Emiraten. Und dann hat man sich letztes Jahr zusammengesetzt und gemerkt, dass es eigentlich sehr, sehr sinnvoll ist, dass wir da gemeinsam dann den Weg fortschreiten und genau ist es dann auch der Fall gewesen. Bionic hat dann Löwi gekauft und das sehr Schöne für uns und für mich aktuell ist, dass wir jetzt nicht mehr so ein Stück weit alleine herausfinden müssen, wie diese Branche funktioniert, die Personalisierung funktioniert, sondern wir jetzt eben aus gemeinsamen Ressourcen, aus gemeinsamer Erfahrung und, das ist das sehr Schöne auch für den Kunden, wir jetzt auch gemeinsam die Erkenntnisse der letzten drei Jahre zusammenführen können und weitergehend jetzt unter der großen Marke Bionic auftreten. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir ja genau in dieser Übergangsphase. Deswegen, ja, auch super, dass wir das einmal aufklären. Also, das bedeutet, ihr seid genau den umgekehrten Weg gegangen. Es ist nicht so, dass ihr ein Nahrungsergänzungshersteller wart, der sich jetzt hektisch ein Labor gesucht hat, das irgendwie das Ganze untermauert, sondern ihr kommt im Prinzip von der TU München aus der Wissenschaft heraus und habt euch jetzt überlegt, wie macht man denn den Vertrieb jetzt überhaupt richtig, dass das auch möglichst viele Menschen erreicht. Genau, und da die Anekdote auch noch ganz gerne, wie es zu Löwi kam, das waren drei Gründer, die zu dem Zeitpunkt alle an der TU studiert hatten, die sich gefragt hatten, hey, hier herrscht so viel Intransparenz, ich will mich bestmöglich mit Nährstoffen versorgen. Der eine verspricht mir das, der andere sagt, ich soll so und so viel nehmen und am Ende weiß ich ja gar nicht, was passiert dann, wenn ich das dann einnehme. Ich kann es ja gar nicht überprüfen. Und aus diesem Ansatz heraus sind sie dann an dem vierten Gründer, den Professor Dr. Scheer, der zu dem Zeitpunkt eben doziert hat und in der Vergangenheit auch olympischer Sportarzt an verschiedenen Stücktunten war, zusammengesetzt. Und der hatte genau dieses Vorgehen für Athleten eben das Ganze aufgesetzt. Bedeutet, der Professor hat höchstpersönlich das Blut abgenommen, hat einen Anamnesebogen mit den Athleten durchgeführt und dann in der Excel-Tabelle, wie man es sich vorstellt, links dann die Ergebnisse eingetragen und rechts dann die passende Dosierung eingetragen und dann das selber zusammen gemixt. Super, was er gemacht hat. Vom Kostenpunkt waren wir irgendwo bei 2000, 2500 Euro für drei Monate. Also nicht so einfach bezahlbar für die meisten Personen, wo dann die Idee eben entstand, hey, das sollte doch viel mehr Leuten zur Verfügung stehen. Und da, das macht uns dann eben auch aus, die wissenschaftliche Nähe durch den Professor Dr. Scheer am Anfang in der Gründungsphase, als auch vor allem dann die technische Umsetzung, das Ganze zu automatisieren, Algorithmen, die Arbeit übernehmen zu lassen, dass man so die manuelle Arbeit runterbekommt und den Preis deutlich, deutlich erschwinglicher machen kann als die 2500 Euro. Okay. Dann lass uns doch mal ganz kurz skizzieren. Also, wenn ich mich jetzt für Löwi beziehungsweise Löwi Powered Bar Bionic interessiere, dann mache ich was? Ich mache einen Bluttest. Ich weiß ja schon, wo ich den mache, weil ich den auf YouTube gemacht habe, aber muss ich den zu Hause machen? Mache ich den beim Arzt? Kommt jemand von euch und macht den bei mir? Wie läuft zunächst mal der Bluttest ab? Wie läuft die Testung ab? Sehr gerne. Wir bieten eine Kapillarbluttestung an. Was bedeutet das? Es reicht, dass wir, und das ist noch relativ neu, aber die meisten kennen es vielleicht von der Blutzuckertestung, nur so einen ganz kleinen Piekser, eine Fingerkuppe machen und über den Weg ungefähr 10 Tropfen Blut abnehmen. Wieso funktioniert das? Wir arbeiten da mit einem Labor zusammen, die sich in den letzten 10 Jahren genau auf diese Testung spezialisiert hat, sodass wir eben kein venöses Blut ziehen müssen. Das bedeutet, man ist nicht gezwungen, zum Arzt zu gehen und sich zwei, drei Kanülen Blut ziehen zu lassen und die dann zuzusenden, sondern man kann das, wenn man möchte, eben von zu Hause aus machen, den Bluttest da ganz einfach mit diesem kleinen Piekser, das tut auch nicht weh, versprochen, durchführen. Und sendet dann von da aus, muss eigentlich nicht bewusst was senden, sondern packt einfach die Blutprobe dann in einen Umständeumschlag rein und versendet das automatisch dann zu unserem Partnerlabor, wo das Ganze dann durchgeführt wird und getestet wird. Also vor einem halben Jahr hätte ich dir widersprochen, dass das ganz einfach ist, denn ich habe mich bei meinem ersten Bluttest aus meiner Historie heraus sehr schlecht angestellt, weil ich eigentlich kein eigenes Blut sehen kann. Jetzt mittlerweile habe ich den Bluttest mehr als einmal gemacht und es geht mittlerweile wirklich wunderbar einfach, auch ohne Hilfe. Also ich kriege ja das komplette Kit von euch, Armin warmes Wasser, diese Bluttropfen in dieses kleine Behältnis tropfen lassen, Deckel zu, ab zur Post. Okay, dann geht das zu eurem Labor und dann kriege ich von euch irgendwann Post, Benachrichtigung, was auch immer und dann heißt es, dein Ergebnis ist da. Was steht in dem Ergebnis drin und wie geht es dann weiter? Genau, richtig. Genauso ist der Ablauf. Das Labor analysiert es dann. Ein akkreditiertes Labor, also so wie es sich gehört, auch unter höchsten qualitativen Standards und die senden uns dann, sobald die Ergebnisse da sind, übermitteln wir uns die Daten. Hier will ich auch betonen, die Daten sind in dem Punkt auch verschüsselt. Also das Labor kennt nicht mal den Namen oder den Ort oder das Geschlecht oder das Alter, sondern das läuft alles bei uns über den Verschlüsselungscode, weil sensiblen Gesundheitsdaten uns auch immer sehr wichtig ist, dass der Datenschutz an oberster Stelle steht. Während die Daten analysiert werden, kann man schon dazu sagen, das hatte ich vorhin auch kurz angerissen, dass leider es so ist, dass ich über eine Bluttestung nicht alle relevanten Mikronährstoffe, die der Mensch, die ihr Körper braucht, valide testen kann. Nehmen wir mal ein, zwei Beispiele, die das ja praktikabel machen. Calcium, eines der wichtigsten Mineralien, die wir kennen, befindet sich zu 99 Prozent in unserem Körper in Knochen und Zähnen. Die kann ich natürlich nicht übers Blut nehmen. Jetzt kann ich trotzdem den Calciumwert im Blut abnehmen, der die Schwierigkeit hierbei ist, aber dass dieses eine Prozent, was sich im Blut befindet, nochmal in verschiedene Arten gebunden ist. Entweder als preies Calciumion, was gerne zum Puffern vom Säurebasenhaushalt verwendet wird, einmal an Protein gebunden und einmal dann auch noch als Säure, als Laktat, kennen Sie die meisten. Das bringt also relativ wenig. Ja, man könnte einen Calciumwert im Blut nehmen, die Aussagekraft des Wertes ist aber sehr, sehr gering. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir müssen ja trotzdem irgendwie so ein Stück weit herausfinden, wie denn die Calciumversorgung ist. Genau da setzt ein großer, umfangreicher Fragebogen an, den wir dann währenddessen die Blutgrube sich in der Testung befindet, freischalten, wo man dann eben einmal ganz schön durchgeführt angeben kann, was denn die Einzelperson, was dich oder mich oder wer auch immer in den Test durchwird, dann ausmacht, bedeutet. Die biometrischen Daten zu Beginn, Größe, Alter, Gewicht, Geschlecht und dann kommen wir schon in den Lebensstil, bedeutet, habe ich irgendeine bestimmte Ernährungsform? Wir haben es vorhin besprochen, Mischkost, vegetarisch, vegan, Paleo, Keto, gibt es super viel mittlerweile. Habe ich bestimmte Intoleranzen, Allergien? Welche Lebensmittelgruppen esse ich in welcher Menge? Also nur weil ich mich mischröstlich ernähre, heißt das ja nicht, dass ich genauso esse wie alle anderen, sondern die einen essen mehr frisch, die anderen essen weniger Fleisch, die einen essen viel Gemüse, die anderen essen wenig Gemüse, die sollten aber viel Gemüse essen, um es gleich zu sagen. Wie sieht meine Sportroutine aus? Wie sieht mein Sportpensum aus? Wie sieht mein Schlaf aus? Alles super wichtige Daten, die das Leben ausmachen. Dann auch betont, was habe ich für persönliche Ziele? Was möchte ich denn, wo möchte ich mich denn verbessern? Wo fühle ich mich noch nicht ganz so wohl? Also geht es in den Winter rein und ich sage jetzt im Winter, ich weiß, ich bin infektanfällig, möchte ich mein Immunsystem stärken? Das wäre ein super schönes persönliches Ziel für viele. Oder beispielsweise möchte ich noch leistungsfähiger in den Job sein, meine kognitiven Fähigkeiten verbessern, meine Konzentrationsstärke verbessern oder zumindest unterstützen. Da kann man auch das angeben. Und dann, und das betone ich, weil es so wichtig ist, haben wir jetzt viel über den Bereich Personalisierung im Sinne, was die Person einzeln ausmacht, besprochen. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch das Thema Sicherheit. Und was meine ich mit dem Thema Sicherheit? Wenn ich jetzt als Person eine bestimmte Krankheit habe und aufgrund dieser Krankheit dann Medikamente einnehmen muss, dann ist es natürlich unfassbar wichtig, dass diese Medikamente keine negativen Interaktionen mit Nahrungsergänzungen und Nährstoffen haben. Woher soll ich jetzt als Einzelperson wissen? Dann müsste ich bei jedem Medikament die Packungsbeilage durchlesen und alle Studien verstehen, die da Interaktionen beschreiben. Genau da setzt natürlich das bei uns auch an. Die Daten bei uns werden auch mit einem Datensatz von Medikamenten verglichen, wo man dann eben auf der sicheren Seite ist, dass die Dosierungen angepasst sind an die Medikation, die vorherrscht. Also nicht nur die bestmöglichste Mischung, sondern, das wollen wir auch so ein bisschen vorantreiben, die sicherste Mischung für dich als Einzelperson. Okay. Und die schickt ihr mir dann zu? Genau. Und dann bekommt man, das passiert direkt beim Beginn der Bestellung, einen Zugang zu unserem sogenannten Gesundheitsprofil. Das nennen wir den Ort des Wissens. deiner Gesundheitsdaten, wo wir dann alles an Informationen nochmal schön visuell aufarbeiten. Man kennt das vielleicht vom Hausarzt, wenn man da einen Bluttest macht, dann kommt da so ein DIN A4-Blatt zurück und da stehen ein paar komische Wörter, die man nicht kennt, Abkürzungen, dann irgendwo im Balken und irgendwo auf dem Balken ist man. Da kann man vielleicht noch ablesen, ja, das sieht nicht so gut aus oder sieht gut aus, aber ohne den Arzt kann man da natürlich jetzt nicht viel oder sollte man auch nicht viel interpretieren. Das ist richtig. Man guckt da drauf und denkt, ja, und jetzt? Genau, und was mache ich jetzt als nächstes? Und um gleich zu betonen, das ist aber so, wie die Ärzte arbeiten, genau richtig so, weil die haben eh schon einen sehr, sehr stressigen Eintrag. Wo wir uns aber dann die Aufgabe gestellt haben, war, diesen Bereich dann auch so ein bisschen zu visualisieren, verständlich zu machen, aufzuarbeiten. Und deswegen ist jedes Ergebnis im Löwi-Profil dann auch nochmal zum einen farblich aufgearbeitet, bedeutet, wenn man sich außerhalb der Referenzbereiche befindet, betiteln wir das als kritisch. Wenn man sich gerade so an der Grenze ist, dann grenzwertig und dementsprechend gibt es dann auch noch einen optimalen Wert. Im Amt ist es wie gesagt rot kritisch, gelb grenzwertig und grün optimal. Das Ziel ist natürlich bei allem optimal zu sein. Hier ist auch immer ganz wichtig zu betonen. Wir versuchen da keine Angst zu schüren und man erlebt den nächsten Tag auch noch, wenn man jetzt ein oder zwei Nährstoffe kritisch versorgt hat. Das ist aber sehr schön, weil das genau der Moment ist, wo man verstanden hat oder verstehen kann, okay, genau hier kann ich jetzt eben ansetzen. Genau hier bin ich in den meisten Fällen unterversorgt, wie gesagt, betont. Es kann aber auch sein überversorgt und muss eben irgendeine Änderung dann in meinem Lebensstil oder eben Übernahungsergänzung dann vornehmen. Genau, neben den aufgearbeiteten Daten dann noch gerne als Zusatz, wo man auch so ein Stück weit dann Bierverantwortung übernommen haben, weil eine Lösung, wie wir sie bieten, kann natürlich auch falsch aufgenommen werden. Kann verstanden werden als, ach super, ich bekomme also alle meine Mikrohinterstoffe, die ich brauche, in einem Löffel, muss ich eigentlich ja gar nicht mehr nachdenken, das ist ja mein Freifahrtschein für Cola, Pasta, Pizza, Bier und Wochenende. Da sagen wir natürlich Nein, da kommt mal ein klares ernährungswissenschaftliches Nein raus. Hier haben wir dann eben die Wichtigkeit der Position von Nahrungsergänzung im Kontext zur Ernährung, im Gesamtkontext der präventiven Gesundheit. Und wie gesagt, wir haben es vorhin ein Stückchen aufgearbeitet, warum es sehr, sehr sinnvoll ist zu testen und dann in vielen Fällen eben auch Nahrungsergänzung dann eben einzusetzen. Genauso wichtig ist aber zu betonen, dass eine ausgewogene Ernährung mit einer Vielfalt an verschiedenfarbigen Gemüse, um die sekundären Pflanzenstoffe abzudecken, einer großen Auswahl an den gesunden Fetten, die eben dann beispielsweise die Hormonproduktion unterstützen, eine richtigen Menge an Eiweiß in Bausteine zu liefern, nicht nur, wenn ich Muskelaufbau betreiben will, sondern auch, wenn ich, und das macht der Körper von alleine, die Eiweißstrukturen, die ich habe, immer wieder erneuern möchte. Und dann zu guter Letzt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Kohlenhydrate an sich, sind nicht lebensnotwendig, aber meistens versteckt sich bei Kohlenhydratquellen dann vor allem die Ballaststoffe, die dann wieder für die Gebarmgesundheit verantwortlich sind. Und ausreichend Ballaststoffe bekommt man nicht über Löwi, das ist die Eigenverantwortung in der Ernährung. Ausreichend Eiweiß auch nicht. Also wir sind keine Mahlzeitenersatz, wir versuchen nicht alles zu ersetzen, sondern komplementär zur Ernährung eben Position zu haben. Aus dem Grund, lange Rede, kurzer Sinn wie immer, haben wir innerhalb des Gesundheitsprofils dann auf die Angaben abgestimmt, auf dich abgestimmt, eine große Auswahl an verschiedenen Lebensmitteln, die dann eben sinnvoll an die Versorgungssituation, die wir festgestellt haben, dann ergänzend in den Speiseplan mit eingebaut werden kann. Und ich kenne es noch früher aus meiner Zeit als Ernährungsberater, das bringt nichts, wenn ich nur Lebensmittel nenne, sondern die Frage ist ja auch, was mache ich denn damit, wenn ich die vom Einkaufen dann mit nach Hause bringe? Genau aus dem Grund haben wir dann auch noch zusätzlich Rezepte mit reingepackt, dass man so ein Stück weit als Inspiration gedacht hier ein bisschen tiefer reingehen kann und bestimmte Lebensmittel dann mit in den Speisen integrieren kann. Jetzt, sag uns aber nochmal ganz kurz, also ich habe jetzt dieses Granulat, das ist ein Löffel, das Granulat ist ganz speziell auf mich, ganz individuell auf mich abgestimmt, davon nehme ich einen Löffel am Tag von diesem Granulat, also zum Beispiel mit Flüssigkeit oder über den Joghurt, das mache ich dann über x Wochen und dann wiederhole ich den Bluttest und dann überlegt ihr, ob ihr das nächste Mal das Granulat anders für mich abmicht. Genau, richtig. Erstmal noch kurz, jetzt haben wir über Granulat gesprochen, das ist für viele wahrscheinlich auch noch neu, warum ein Granulat, warum kein Pulver, warum keine Tabletten, warum keine Kapseln, die große Gefahr bei Multinährstoffpräparaten, also einer Mischung von mehreren Nährstoffen ist, ist, dass sich diese Nährstoffe kurz vor der Zelle, also sie befinden sich schon im Blut und dann kurz vor der Zelle, aber gegenseitig wieder Enzyme klauen, Transportwege klauen, Kofaktoren klauen, sodass man eigentlich alles richtig gemacht hat und vielleicht sogar die richtige Menge an Nährstoffen richtig aufgenommen hat und aber der letzte Schritt, die Absorption in die Zelle da nicht stattfindet, weil eben zu viel gerade in der Blutbahn los ist, weil zu viele Leute die gleiche Tür benutzen wollen. Und genau aus dem Grund sind bei uns die Nährstoffe mit einem Ballaststoff verbunden, den sogenannten Goa-Kernmüll, ein super harmloser Ballaststoff, der dann neben den Vorteilen, die ein Ballaststoff sowieso bildet, Cholesterin bindet und auch super für die gesundheitsförderlichen Darmerkärin als Nährstoffgrundlage da ist, aber den ganz, ganz großen Vorteil hat, dass die Verbindung der Nährstoffe mit dem Granulat dazu sorgt, dass sich die Nährstoffe erstmal an die Darmwand absetzen, aufquellen, weil sie ja in Verbindung mit dem Ballaststoff sind, und dann nicht mehr, zum Glück haben wir hier eine Videoaufnahme, wir diesen hohen Peak haben an Nährstoffen im Blut, der dann wieder sehr, sehr schnell runtergeht, weil die Nährstoffe dann teuer über den Urin wieder ausgeschieden werden, sondern wir über lange Zeit hinweg eine abgeflachte, verlängerte Kurve einer Nährstoffabgabe über mehrere Stunden haben, was dann dazu führt, dass prozentual gesehen eben deutlich mehr Nährstoffe aufgenommen werden können. Wer sich da einlesen möchte, das ist der sogenannte Retard-Effekt, kennt man vielleicht unter Retardieren, kommt auch ursprünglich aus der Pharmazie, wo man sich da auch inspiriert hat. Genau. Also, gut, den Weg haben wir jetzt also verstanden, wir lassen unser Blut testen, oder wir schicken euch eine Probe des Blutes, kriegen die auch ganz einfach selbst abgezapft, bekommen dann von euch Informationen, hochwertig aufbereitet, sodass man es versteht, kombiniert mit Tipps, wie man das auch aus natürlichen Lebensmitteln ziehen könnte, bekommt aber auch ein Präparat, ein Granulat, das man einmal am Tag isst, um das Ganze dann nach drei Monaten zu wiederholen, um dann zu merken, ob die Hypothesen denn richtig waren. Und wenn ich das aus Kundenperspektive sagen kann, was mir da sehr gut gefallen hat, ist das Folgende. Also, ich habe ja am Anfang mit dem Bluttest lange gehadert, ob ich das wirklich wirklich machen soll. Und wenn ich nicht persönlich mit euch in Kontakt gestanden hätte, hätte ich es nicht gemacht, sage ich ganz ehrlich. Und das wäre ein Fehler gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte, wenn ich da aus der Sorge vor diesem paar Tropfen Blut es nicht gemacht hätte. Was ich sagen will, ist, es gibt ganz viele Firmen, die ganz tolle Nahrungsergänzungen machen, Made in Germany, die sich auch wirklich Mühe geben, die mit Labors zusammenarbeiten und so weiter, die aber am Ende des Tages dann doch immer zwei Probleme offen lassen. Also zum einen arbeiten sie halt immer so ein bisschen mit der Gießkanne, aber auch nicht zu viel, dass man nicht überdosiert. Und zum anderen ist es so, die haben immer einen eindrucksvollen Katalog an Produkten. Und von jeder noch so sympathischen Firma, wo ich bis jetzt so einen Katalog bekommen habe, habe ich dann immer gedacht, ah, okay, ihr habt also auch speziell ein Präparat für Schlag mich tot, Vitamin D, B12, was auch immer, brauche ich das? Und dann ging die Recherche los. Und dann in die Recherche kannst du ja beliebig viel Zeit stecken, und dann liest du sowas wie, ja, aber Achtung, nimm das nicht morgens, nimm das dann, nimm es nicht kombiniert mit diesem und jenem. Ach so, im Sommer ist es übrigens wiederum was anderes und, 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 das heißt, ich habe so viel, okay, ich habe auch was dabei gelernt, aber ich habe so viel Lebenszeit in diese Recherche damals investiert, investiert. Schön gesagt. Und es ist ja noch viel schlimmer, ich muss ja am Ball bleiben. Also deswegen erst mal sozusagen aus, aus einem Lob, aus Perspektive eines Kunden, der einfach sagt, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, ich akzeptiere, dass ich einen Mangel haben könnte, ich akzeptiere, dass ich diesen Mangel durch Ernährung lösen könnte, aber jetzt auch nicht meinen kompletten Lebensstil umstellen will. Also natürlich, wenn ich jetzt mehr frisch koche, super, ich werde jetzt aber vielleicht auch es nicht realistisch schaffen, dreimal am Tag frisch zu kochen und alles abzudecken, was man abdecken muss, dann will ich es möglichst einfach haben. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Produktivität, das leistet ihr. Also ich sage mal, es ist eigentlich ein No-Brainer. Total, ja. Und auch spannend, dass du das mit dem, also erstmal, danke für das Kompliment und ich leite das immer sehr, sehr gerne ans Team auch weiter, weil es uns auch motiviert, wenn wir Feedback bekommen. Weil klar, und du hast es gerade sehr, sehr schön gesagt mit dem No-Brainer, als ich noch nicht für damals Möwi, jetzt bei Jonny gearbeitet habe und das erste Mal über einen Kongress, in dem Sinne, ich schicke liebe Grüße raus, wer sehr, sehr tief in das Thema Personalisierung und personalisierte Ernährung gehen möchte, kann sich auch gerne weitergehen mit Prof. Dr. Lutz von der DHBW Heilbronn beschäftigen, die in dem Bereich ja richtig forschen und richtig spannende Erkenntnisse schaffen. Aber von ihr hatte ich damals eben einen Vortrag gehört und sie hatte das erste Mal für mich zumindest das erste Mal, als ich es gehört hatte, über das Thema Personalisierung gesprochen. Man kennt es ja, man weiß es irgendwo, ja, nicht jeder ist gleich und ja, mich macht wahrscheinlich das eine oder andere dann wirklich aus, aber der, die Praktie oder den Sprung in den Alltag hatte ich nie gesehen gehabt. Ich wusste halt, ja, weil ich mich vegan ernähre, muss ich auf das und das achten und ach, stimmt, ja, ich gehe noch sehr gerne viel laufen, wahrscheinlich noch Magnesium, aber diesen Schritt weiter zu gehen, diesen tiefen Schritt zu gehen in Diagnostik, wirklich anhand von Daten zu verstehen, hey, nicht nur deine Blutwert ist einzigartig, sondern auch deine Lebenskonstellation. Wie gesagt, gerade so Themen wie Allergien, Intoleranz, Medikamente werden dann auf einmal sehr, sehr greifbar und werden auch greifbar eben genutzt und als ich das erste Mal, also bin ich tatsächlich auch hierher gekommen, von Löwe gehört habe, war für mich klar, da will ich auf jeden Fall hin, weil ich das so richtig finde, diesen Ansatz zu führen, ohne jetzt schlecht reden zu wollen, wie die Branche davor gearbeitet hat, also quasi so wie es viele halt heute noch machen, das war lange Zeit eben der Status quo und viele sind eben dann auch den Schritt tiefer gegangen und haben dann erkannt, okay, ich brauche bei Vitamin D jetzt auch immer K2 mit dazu, deswegen gibt es jetzt immer Vitamin D3, K2 Präparate, aber das ist alles noch nicht personalisiert gewesen und ähnlich wie du, ich hatte diesen No-Brainer-Effekt im Moment auch, wo ich gedacht habe, ja, da muss ich hin und freue mich umso mehr, dass ich jetzt über ein Jahr später hier sitzen darf und so schön über das Thema reden darf. Genau. Und also seitdem ist es für mich auch wirklich einfacher geworden. Ich kann es ganz klar sagen, ich habe jetzt nicht nur Löwi im Nahrungsergänzungsregal stehen, weil du hast ja gesagt, ihr bietet kein Eiweiß an zum Beispiel. Das heißt, das Eiweiß, das habe ich mir jetzt noch woanders gesucht, aber damit bin ich jetzt einfach fertig und bleibe fertig. Ich habe noch eine letzte Frage zu eurem Vorgehen. Du hast vorhin gesagt, dass ihr, dass es mal begonnen hat mit so einer Excel-Tabelle und dass das mittlerweile automatisiert ist. Wenn man automatisiert hört, denkt man immer so ein bisschen, ah ja, okay, weil es dann Arbeit erspart. Meine Frage ist, ist es nicht sogar notwendig, das zu automatisieren? Denn wenn ich sehe, was da in der Forschung alles passiert mit neuen Erkenntnissen, Wechselwirkungen und so weiter, kann da langfristig ein Mensch überhaupt noch den Überblick behalten oder muss das irgendwann zwangsläufig die KI machen, diese, die Blutergebnisse und den Fragebogen hernehmen und das mit der Datenbank von allen Studien, von allen Medikamenten abgleichen, um dann die Mischung zu bestimmen? Ja, wir, bei dem, bei dem Volumen an Daten, die wir verarbeiten und, du hast es auch sehr schön gesagt, bei dem auch Volumen an Neuerkenntnissen, weil die Ernährungswissenschaft ist schönerweise noch nicht abgeschlossen, sondern ist ein sich stetig weiterentwickelndes Feld der Wissenschaft. Es ist unabdingbar, hier über künstliche Intelligenz und Algorithmen zu arbeiten, um eben überhaupt mit so vielen Daten umgehen zu können. Das sehr, sehr Schöne ist, dass durch diese technische Möglichkeit es für uns möglich ist, überhaupt das zu machen, was wir machen können. Was auch auf der anderen Seite sehr spannend ist, wo ich auch ein großer Verfechter bin von, dass man im Gesundheitsbereich, jetzt kam es ja heute schon ein paar Mal durch, das ist ja super, super komplex und ich bin mittlerweile der Meinung, dass man sich da, dass man auf jeden Fall das Verständnis für alle Bereiche haben muss, aber gerade, wenn man sich da in der Ernährungswissenschaft befindet, dann auf jeden Fall auch die Tiefe suchen muss und diesen personalisierten Ansatz, das ist quasi diese Tiefe, die wir gewählt haben, weil wir davon überzeugt sind, dass es der richtige Schritt ist, als nächstes den Bereich der Ernährung über Nahrungsergänzung zu unterstützen durch den personalisierten Ansatz. Genauso gut und deswegen nochmal betont ist es eben die Gesundheit immer im Gesamten im Blick zu behalten. Also, wenn man sich jetzt beispielsweise entscheiden sollte, das klingt alles super und ich kaufe mir jetzt einen Bluttest und ich mache das alles, nie zu vergessen, hey, wie du jetzt auch, das Eiweiß noch im Egal zu haben oder das Eiweiß über die Ernährung abzudecken, die Ballaststoffe, die Fette, das hat man vorhin angesprochen, wenn ich die perfekte Ernährung und die Super-Nahrungsergänzung habe, dann muss ich immer noch Sport machen und ich muss immer noch einen täglichen Ausgleich suchen und ich kann den perfekten Sport, den Job, den ich liebe, keinen mentalen Stress und die beste Ernährung und der Super-Nahrungsergänzung haben, wenn ich zwei bis drei Stunden schlecht schlafe in Summe, dann kann es trotzdem nicht funktionieren, dass es mir super geht, deswegen muss man immer alles im Blick behalten und das Wichtige ist eben, deswegen auch so schön, dass Personen wie du dann auch gerne mal im Look zurück so viele Bereiche davon abdecken und auch die Möglichkeit haben, da Wissen über so viele verschiedene Bereiche zu bieten, dass man eben immer das Ganze als ganzheitlichen Ansatz sieht. Dann lass mich kurz zusammenfassen, also meine Eingangsfrage war ja, ob es so etwas wie Produktivitäts-Score-Boot gibt und da ist die Antwort ja durchaus, sowas gibt es, also nicht nur Profisportler sollten sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann stößt man ganz schnell an die Grenzen dessen, was man ohne Molekularchemie verstehen kann. Ihr arbeitet mit einem Bluttest, macht über zusätzliche Fragebögen eine ganz individuelle Abmischung für die einzelne Person, wiederholt den Test regelmäßig, um sicherzustellen, dass diese Hypothese, dass diese Kombination auch wirklich hilft, auch wirklich hilft. Das Ganze ist ein No-Brainer und entbindet aber natürlich nicht von der Verantwortung, sich zu bewegen, ansonsten jetzt nicht zum Fastfood-Junkie zu werden. Okay. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt überzeugt, oder ich bin ja sowieso schon überzeugt, wir wollen das jetzt ausprobieren. Dann findet man in den Shownotes einen Rabattcode, der ist LW-Sascha-Veth. Den muss man sich jetzt aber nicht merken oder aufschreiben, sondern der steht in den Shownotes. Wenn ich diesen Rabattcode nutze, was bekomme ich dann? Was habe ich dann davon? Genau. Da bieten wir aktuell drei verschiedene Ansätze oder drei verschiedene Produkte, nenne ich es mal. Zum einen kann man grundsätzlich auch sagen, man möchte uns erstmal nur diagnostisch verwenden und dann eben bei Löwi erstmal die Nährstoff-Situation überprüfen. Dass man da so ein Bild für hat, wenn man die einzelnen Marker, die man zusammensetzt, die wir testen, auch beispielsweise beim Hausarzt abfragen würde, landet man irgendwo zwischen 200 und 250 Euro. Was natürlich sehr viel Geld ist, aber so teuer sind natürlich die Labore und die Diagnostikmöglichkeiten, die da vorherrschen. Der Bluttest ist bei uns ein Stückchen günstiger, liegt bei 199 Euro. Wenn man sich jetzt entscheidet, über den Code, den du genannt hast gerade, den Bluttest zu bestellen, dann bekommt man da nochmal einen 25-Euro-Rabatt, also statt den 199 für nur noch 174 Euro. Wenn man den Schritt weitergeht und sagt, ja, ich möchte auf jeden Fall wissen, wie meine Blutweite aussehen, aber auf jeden Fall dann auch im nächsten Schritt eben personalisiert eben eine Nährstoffmischung erhalten, die dann auch angepasst sind auf alles, was wir genannt haben in Analysebogen und man sich eben nicht mehr selber dann auf den Weg machen muss. Du hast es gesagt, man kann sich da sicherlich auch selber mit beschäftigen, wenn man die Zeit dafür hat und das Interesse dafür hat, dann ist es eine spannende Reise, aber das ist sehr, sehr viel Zeit, das da aufgebracht werden muss. Aus dem Grund kann man sich dann eben auch entscheiden, den Bluttest gemeinsam mit den Nährstoffen direkt zu bestellen, wo wir dann per se schon mal, das ist das Schöne, bei dem Bluttest einen schönen Schritt entgegen gehen können, weil die Nährstoffe dann die Kosten ein Stückchen mittragen, sprich, der Bluttest geht von 199 Euro auf nur noch 99 Euro runter und weitergehend der Code, wenn der verwendet wird, vergünstigt dann sogar den Bluttest von den 99 auf nur noch 74 Euro. Man hat dann also für 74 Euro einen Bluttest und steigt dann quasi mit seiner ersten Nährstoffmischung ein und die Nährstoffe liegen immer bei 75 Euro pro Monat und man hat da für die ersten drei Monate eine Narration, die dann mitgesendet wird. 75 Euro sind ein bisschen mehr als 2,50 Euro am Tag, also ich vergleiche es immer mit dem schönen Kaffee am Morgen oder vielleicht dem alkoholfreien Feierabend wie am Abend, wo man dann dafür personalisiert, genau auf sich abbestimmt, und in Granulatform mit bestmöglichster Aufnahmefähigkeit seine Nährstoffe dann erhält. Und das noch mal ganz sicher zu sagen, ich könnte sowohl mit dem Bluttest, den ich von euch bekomme, noch mal zu meinem Hausarzt gehen und mit ihm oder ihr darüber sprechen, ich kann aber auch umgekehrt mit dem Bluttest, den ich beim Hausarzt gemacht habe, zu euch kommen, oder? Genau, ja, sehr, sehr spannend, genau richtig, mit dem kleinen Apostrophen, dass man auf jeden Fall dranhängen muss, wo man so ein bisschen gleich unterscheiden muss, weil, wie du es gesagt hast, das ist unsere dritte Möglichkeit, dass man eben mit eigenen Blutwerten zu uns kommt, die Blutwerte bei uns hochleit, wir verarbeiten die dann ganz normal und bereiten die, wie vorhin auch angesprochen, im Gesundheitsbefühl dann selbstverständlich auch wieder auf. Der Kaviat ist hier, dass die Bluttestung beim Hausarzt, selbst ein großes Blutbild, nicht zu 100% die gleiche Marke abnimmt, wie wir sie abnehmen, die wir auch benötigen. Bekannte Nährstoffe sind Vitamin D, was jetzt mittlerweile sehr, sehr oft mit dabei ist, ein Ferritinwert, der die Eisenspeichersituation beschreibt oder ein Folsorgewert. Werte, die leider nicht mit dabei sind, oftmals sind ein Selinwert, einen Kupferwert, den wir auch mit abnehmen und dann vor allem ganz wichtig in den fast schon Marko-Nährstoff-Bereich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir heute nur kurz angerissen hatten, die Omega-Fettsäuren. Auch die werden bei uns in der Testung mit abgerufen. Die werden sehr selten bisher bei den Blutbildern von Hausärzten mit abgerufen. Deswegen, da kann man sich dann gerne auch bei uns auf der Seite schlau machen, welche Parameter wir unbedingt benötigen und man die dann abträgt beim Hausarzt. So rum kann man es machen. Das geht vor allem auch vielleicht noch an die Personen raus, die einen sehr, sehr guten Interaktion und Heilpraktiker haben irgendwo oder in einem Umfeld sind, wo ein Sportarzt zur Verfügung steht, vielleicht sogar Leistungssportler sind und Zentren vor Ort haben, wo man auch, und deswegen bieten wir die Möglichkeit, weil viele Leistungssportler mit uns oder Löwi nutzen, die dann eben noch mehr Parameter abnehmen und noch mehr Werte abnehmen. Das sind Blutbilder, die dann gerne mal 400, 500 Euro kosten. Das Schöne ist, dass wir das auf der technischen Seite trotzdem verarbeiten können, deswegen wir die Möglichkeit da bieten können, eben auch nur die Nährstoffaufgrundlage des Blutbildes, das man selber hat, bekommt. Also, ich hätte jetzt noch ganz viele Fragen, teilweise Fragen auch aus Eigeninteresse, aber ihr habt ja für eure Kundinnen und Kunden einen ganz tollen Support. Also, ich nutze zum Beispiel ganz gerne den WhatsApp-Support, den ihr da habt und auch immer sehr schnell reagiert. Ich würde sagen, diese Fragen verlagere ich einfach auf den WhatsApp-Support und sage dir für den Moment vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich sage vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte auf jeden Fall nochmal auch Danke für die Zuhörer sagen, fürs Zuhören per se und nochmal betont, weil es eben so wichtig ist, zum Abschluss auch so ein Stück weit von unserer Seite das Thema Nahrungsergänzung ist unfassbar wichtig, aber eben auch immer das Gesamtbild im Blick zu behalten und so tollen Coaches und Trainern wie hier ein offenes Ohr zu schenken, die über so viele Bereiche eben referieren, nicht nur reingenausergänzung, auch wenn sie super wichtig ist. Also, dem Dank an die Zuhörerschaft schließe ich mich an. Nochmal zur Erinnerung, den Rabattcode und den Link findet ihr in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Damit bedanke auch ich mich fürs Zuschauen beziehungsweise Zuhören und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen oder hören.